hallo miteinander hier spricht tom nook es ist sonntag der 29 märz 2020 7 uhr 58 nun ihr könnt euch sicher schon alle denken was als nächstes kommt ganz recht unsere heutige ankündigung wie in einer vorherigen durchsage erwähnt ist das service center jetzt fertig gestellt und das ist noch nicht alles für heute wir dürfen auch eine neue mitarbeiterin begrüßen nur nicht so schüchtern hallo ich bin melinda wie er noch schon gesagt hat arbeite ich ab jetzt im service center ich habe noch viel zu lernen aber ich werde mein bestes für die bewohner von averianien geben melinda hat schon erfahrung auf diesem gebiet also wird sie sicher eine große hilfe sein aber das war noch nicht alles wir haben nicht nur das gebäude sondern auch den festplatz etwas umgestaltet normalerweise ist der festplatz für bewohner und vorbeikommende händler gedacht aber nun wird es dort zu bestimmten anlässen besondere feierlichkeiten geben das wird toll ja ja so und damit wären wir für heute am ende angelangt eine sache wäre aber da noch dies war meine letzte durchsage ab morgen wird mir wird melinda euch neuigkeiten mich wird melinda euch mit neuigkeiten versorgen ich werde mich bemühen euch immer auf dem laufenden zu halten und hoffe dass ihr gern einschaltet ja ja genau neues gebäude neue mitarbeiter wir wachsen und gedeihen schaut einfach im service center vorbei um zu erfahren was es neues gibt natürlich werden wir noch eine kleine einweihungsfeier für unser neues service center veranstalten wir hoffen auf eine rege teilnahme das wäre dann auch alles glaube ich bei problemen werden melinda und ich euch natürlich gern mit rat und tat zur seite stehen ja ihr lieben und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu animal crossing new horizons so es ist sonntag das heißt ich bin aktuell mit den videos ui 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 ich habe ganz ganz viel gemacht in den letzten beiden tagen ganz viel sternes gefahren denn nicht nur das service center wurde ausgebaut nein ihr seht es mein zweites zimmerchen ist ja fertig und jetzt klingelt auch schon mein nukfon hallöchen hier nepp aus nukladen am apparat dein verkaufstrickkistengeld ist da wir haben gerade 88.792 sternes auf dein konto überwiesen ja ja vielen dank noch mal dass du so fleißig unser angebot nutzt bis bald dann hoffentlich im laden ja ich habe ganz ganz viele sternes gesammelt und die werde ich jetzt auch gleich mal mitnehmen das ist laut zumindest bei mir auf den kopfhörern ja ich werde heute vielleicht auch in den nächsten folgen mal die stimmen nicht ganz so intensiv machen können weil ich mir so eine kleine erkältung angelacht habe und wenn ich denn so in dieser ja ich sag jetzt eher mal kratzigeren stimmen reingehe dann huste ich mich fast dumm und duselig und deshalb ja lassen wir das jetzt mal lieber erstmal so ich ihr seht schon hier liegen 500.000 sternes rum und ich hoffe dass das am ende reicht denn ja ich hatte ja das service center mit ausbauen lassen ne oh ne und die pantoffeln wollte ich eigentlich hier lassen warten sie bitte meine bettpantoffeln ja oh damit seht ihr im endeffekt auch schon mein schlafzimmer ja ich habe ja hier ein bisschen ja rum dekoriert und ja ganz viele neue klamötchen gekriegt und gestern habe ich hier dieses kleid gekriegt das ja links so eine jacke mit kleid ist doch voll knuffig oder ja aber ich finde auch mein momentanes outfit super schön also so alltags outfit ne also so würde ich auch in echt rum rennen aber kriegt er hier eigentlich permanent neue klamötchen total schön ja was habe ich gemacht was habe ich gemacht wie sieht es bis jetzt aus ja ich habe hier den boden noch mal geändert dann habe ich den tisch mal die tischdecke ein bisschen verändert ne die war ja vorher weiß und das fand ich irgendwie sehr langweilig und da ich ja diesen rosanen holz so rosane holztapete habe ich gedacht doch machen wir doch mal hier so ein bisschen ja in diesem stil weiter ja im ventilator habe ich gekriegt so eine aquarium kugel habe ich gekriegt ja und meine werkzeuge stehen ja jetzt gerade wunderbar im weg merci dankeschön ja weil ich ganz viel insekten gefarmt habe ist für mich muss ich sagen das geld fahren mittel schlechthin wie ich das mache zeige ich euch gleich ja und dann habe ich mir in meinem zweiten raum den ich dann frei gespielt hatte ein kleines bad eingerichtet ja und das sind so die sachen die ich bis dato hatte ja die waschmaschine und den korb kennt ihr ja schon und auch den lilanen teppich der stand ja vorne im hauptzimmer ja ja und dann hatte ich ja jedes bidet bekommen und eine badewanne die ich leider farblich nicht verändern kann das finde ich ein bisschen schade da muss ich mir meinen gedankengang zu machen vielleicht kriege ich noch mal eine andere ja das habe ich dann hier dementsprechend erstmal so ein bisschen eingerichtet mal gucken vielleicht wenn ich noch mal eine andere tapete kriege wobei ich diese wartet wir gehen ja mal rein nein da nicht nein hatte da ich möchte hier ganz gern ja wo ist sie denn wo ist sie denn hier diese bambuswaldtapete dran machen ich weiß nicht ob das dann übertrieben aussieht aber ich werde sie mal versuchen ich werde sie einfach mal herstellen und vielleicht passt das ein bisschen besser denn hier ne ja mal gucken ich habe ja noch so ein teppich der ja also ein boden der aussieht wie ein teppich das könnte ganz gut sein gucken wir einfach mal lassen wir uns überraschen wenn wir soweit sind und jetzt gehen wir in unser neues service center ne ich möchte das gern sehen ja hier seht ihr ne ich habe ja hier bei mir meinen das ist ja für eine musik die ist ja neu hier wow ganz fesch und höh warte mal ich muss ja mal mein headset leiser machen ja ich habe ja nun alle blumen die ich auf der insel hier so habe hierhin gepflanzt werde dann jetzt demnächst auch anfangen mehr so eine zuchtecke zu starten damit die blumen sich denn auch ja züchten können das heißt andere farben kriegen können einmal oder zwei blümchen habe ich ja schon gezüchtet das sind hier diese beiden in orange super schön ja hier draußen gestern habe ich noch aus dem ballon hier so einen gartenschlauch bekommen war nicht knuffig dann habe ich mir hier diesen bambus kobold gestellt hier warte mal das ist ich zeige euch das mal natürlich jetzt von der von dass das immer nicht so bleibt warte mal ich will mal in die andere richtung vielleicht sieht man das dann besser wie das geht dann ab aber das kann man ja so schlecht sehen das schwebt dann da so raus der kurve und schon ist die lampe wieder an super knuffig hallo staxi na ich wollte dir heute noch eine emotion zeigen aber ich habe vergessen was es war die hier war es wenn dir mal ein missgeschick passiert macht die augen zu und man kann sie aber auch einfach zum spaß machen wo kommt dieser stern nur her okay eine neue emotion gelernt sehr cool missgeschick gelernt das war ein versehen sehr cool sehr sehr cool ja und dann bin ich im endeffekt den ganzen rüben und ich habe kein geld für rüben okay johanna du bist glaube ich bis um 12 da kennst du siegret meine oma umi kennt fast alle darum frage ich das auch jeden und sie meinte ich bin ja jetzt schon ein großes mädchen da könnte ich mit dem familiengeschäft helfen also du weißt ja gar nicht was das familiengeschäft genau ist pass auf ich sag's dir rüben verkaufen sagt dir der rübenmarkt was nein das ist kein bauermarkt oder so da werden rüben gehandelt und zwar aus der ferne über so leute wie mich und meine oma genau und ich bin jeden sonntag hier und biete frische rüben an die zum markt gehören ah ich bin so doof ich soll doch nicht so direkt fragen dann kauft doch kein jahr umi hat mir oft genug erklärt was ich sagen soll also wie war das noch mal warte 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 jetzt weißt du schon wie der rübenmarkt funktioniert das ist was voll interessantes erzähl mal du hast ja kein lampenfieber also rüben sind kein sind leckere gewächse die voll von die tollen eintöpfe passen oder in gemüse fanden oder egal moment nicht die von uns um gesagt immer die von uns sind zum handeln da nicht zum essen wobei mit dem richtigen gespür fürs timing machen sie dafür ein sternikonto schön dick und prall soll ich weiter erklären nie warte mal das können wir nachher machen ich weiß nämlich wie es funktioniert dann ist ja gut wo mir die leute auch immer total zu damit zu das verstehe ich im moment kostet eine rübe 107 sternis magst du welche kaufen warte mal erst mal nicht vielleicht nachher ich muss jetzt noch ein bisschen geld woanders investieren bis nachher jona du bist ja noch ein bisschen da ja dann habe ich gestern klamotten gekauft ja hier schauen wir mal aber erst mal ich möchte zu allererst sind das service center gehen in das neue total schön es wird langsam auch schön aber wäre ja hallo hallo herzlich willkommen in unserem heiligen service center heimeligen ach ich sage immer noch zählt jetzt haben wir doch ein herrliches gebäude und alles nur dank die ja also ich hatte es ja bereits in meiner durchsage erwähnt aber wir benötigen eine qualifizierte kraft die sich um ein neues gebäude kümmert also also hätten wir hier melinda die diese aufgabe in ihre fähigen hände nimmt dann bist du ja 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 dann doch hat mir schon viel von dir erzählt heute ist mein allererster tag hier da werde ich sicher noch viel über meine neue arbeit lernen müssen aber es gefällt mir schon richtig gut auf der insel ich werde euch nicht enttäuschen das verspreche ich schön gesagt melinda ich werde uns die arbeit aufteilen damit es hier gleich noch besser läuft ich werde mich um alles kümmern was in richtung baueigenheim und general handwerkliches geht melinda ist derweil für dich da wenn du hilfe in punkto insel leben betrieb und organisation brauchst setzt sich einfach an den richtigen schalter und dann kommen wir gedüst wie eine ganze flotte dodo jets ach und dank unserem tollen neuen system bieten wir nun auch niedelnagelneue leistungen an dann hätte ich da nur noch eine winzige bitte an dich weiß es dir nichts ausmacht nimm doch mal an meinem schalterplatz wenn du ein momentchen zeit für mich hast unser service center ist jederzeit für dich und ganz averianien da kommt vorbei wenn du magst ok wo sind jetzt die werkbank muss ich das jetzt über tom machen oder wie gucken wir mal karton karton noch ein karton ein setzling ok die sachen sind also in der kiste geblieben ich habe jetzt mal ganz provokant in der kiste gelassen so dann reden wir mal mit tom weil er das ja möchte setzen sie sich bitte hallo averia und einfach so hast du dein zuhause und einfach so hat dein zuhause einen neuen raum ich kann heute nicht so reden aber ich bin ganz aufgeregt wegen dem neuen service center das macht alles gleich noch angenehmer ja ja dann gäbe es noch eines nämlich die kosten für den umbau das macht 548.000 sternis mhm ah ja bitte führe rückzahlungen wie zuvor über den bankautomaten des portals durch und dann ist da noch eine sache die ich dir sagen muss nach all diesen verbesserungen an deinem haus kann ich dir diverse anpassungsmöglichkeiten anbieten es geht dabei nicht darum dein haus größer zu machen sondern sein aussehen zu verändern was genau wir dir anbieten können hängt von der größe deines hauses ab du hast also die wahl ob du zuerst aussehen oder größe deines hauses ändern möchtest es ist immer ein vergnügen mit dir geschäfte zu machen ja ja okay das machen wir auch gleich aber das machen wir jetzt mal gleich ich möchte gleich das nächste zimmerchen in auftrag geben so wir entschuldigen uns dafür dass das nur portal wegen des umbaus gestern nicht verfügbar war als wiedergutmachung erhält jeder kunde der heute das nur portal nutzt 500 meilen danke außerdem wird der tagesbonus ab morgen so berechnet als hätten sie das nur portal 7 plus tage benutzt wir hoffen dass sie auch weiterhin das nur portal und nux meilen programm nutzen werden ja ja müssen wir ja bitte wählen sie einen der folgenden services aus bankautomat ich möchte gerne mal einzahlen und jetzt zahlen wir erstmal alles ein so so dann haben wir jetzt nämlich genug abbuchung pass auf bin ja immer hallo hallo ich möchte gern darüber danke kann man doch so machen er nimmt nur das wasser soll okay alles klar und dann haben wir noch 96.000 über sehr gut hurra damit ist mein haus abbezahlt Tom ich möchte gerne ein neues zimmer in auftrag geben oh hallo averia danke für die sorgsame tilgung deines kredits ja ja ich muss einfach fragen hängt die abbezahlung vielleicht mit einem erweiterungswunsch zusammen oh ja dann habe ich gute nachrichten es wäre kein problem dafür einen weiteren kredit aufzunehmen sag mir bescheid wenn du mehr wissen möchtest ja im so so ja ja dies ist der bauberatung schalter ich hier losberate lass mich rasch erklären was genau du bei mir überhaupt so anstellen kannst ja 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 hier kannst du brücken errichten aufgänge wie treppen und rampen bauen sowie gebautes versetzen gut als urlaubsvergnügung steigernde zusatzleistungen berechnen wir dafür natürlich gewisse gebühren ist ja klar so ich möchte wie kann ich ihnen helfen machen wir erst mal das oha ganz ungeduldig die details erfahren wie naja wer kann es dir schon verdenken unser service center ist ja jetzt in einem herrlichen gebäude situiert um den platz kennst du ja ebenfalls letzterer wäre wirklich der perfekte ort für größere veranstaltungen wie zumindest mal so und wo eigentlich kaum zu glauben wie aus einem unbewohnten eiland ein solch schöner belebter ort gewesen ist und genau diesen umstand will ich gebührend feiern weißt du ich habe großes vor glaubst mir gigantisch gewaltig großes oha oh habe ich da etwa dein interesse geweckt dann ohren auf die sache wird so einfach wie bekannt keke der musiker um den geht's den schleif laden wir zu uns nach averianien ein und dann gibt er ein konzert und averia du weißt doch sicher wer keke ist oder ja aber natürlich dein geschmack spricht für dich averia wenn bei uns mal karaoke ist gibt es für mich beim keke klagelied ja auch kein halten mehr hoch verzeiht den ausbruch an begeisterung ich bin eben ein großer bewunderer von ihnen jedenfalls wäre es spektakuläre publicity für averianien wenn keke hier einen auftritt hätte nicht dass unsere insel jetzt nicht schon ein juwel an lebensqualität wäre aber nun ja ein kekel konzert wäre wirklich das sahnehäubchen auf dem eiskaffee der kulturellen relevanz und da wollte ich mal bei dir fragen averia ob du mir bei der sache nicht beistehen könntest falls du mehr erfahren willst frag mich einfach was soll ich tun ja dann erzähle ich dir alles okay ich wollte eigentlich ja eine eigenheimberatung das war so eigentlich das was ich wollte du möchtest also etwas wegen deines hauses besprechen oh da muss ich dir erst etwas sagen ja umzug das hast du schon gesagt ja wie kann ich dir ich will anbauen oh gott sei Dank gleich richtig geklickt möchtest du anbauen ja 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 ich könnte einen zusätzlichen raum anbieten du müsstest nur einen kredit über 788 758.000 sternis aufnehmen hast du interesse jup ausgezeichnet ich werde zugleich den beginn der baumassnahmen veranlassen bis morgen vormittag sollte alles fertig sein wie aufregend yay und der raum wird definitiv eine küche denn ich habe mehr küchensachen als bad sachen so sehr cool wir sind bei 38 äh 38 18 Minuten ich würde sagen das Gespräch mit Melinda und so weiter und so fort packen wir mal in eine weitere Folge wir machen hier an dieser Stelle Feierabend ich bedanke mich für euch ganz herzlich fürs Zuschauen wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag ja und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet also bis dahin macht's gut ciao bis dahin macht's gut 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 Vielen Dank.